Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mods der Woche. Diese Woche habe ich sechs wirklich tolle Mods für euch. Unter anderem zwei Mähdrescher, zwei Oldtimer, ein Anbaugerät und ein Gebäude. Alle Mods sind in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie dort auch die Regeln für dieses Format stehen. Hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben für das Video und ein Abo für meinen Kanal, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Und damit starten wir direkt mit einem der Highlight Mods dieser Folge und zwar den neuen brachialen Mähdrescher von Gendare, der X9. Zu finden ist dieser für lächerliche 895.000 und 1 Euro unter Fahrzeuge und Mähdrescher. Wir können hier vor allem nur die Reifenvariante einstellen. Einmal die Standardreifen, Zwillingsbereifung, einmal hinten das Rad richtig rumgedreht, vorher war das andersrum. Einmal noch eine andere Zwillingsbereifung, wieder mit Rad gedreht und natürlich ein Bandlaufwerk für die Bodenschonung. Ein Schneidwerk ist nicht mitgeliefert, das kommt standardmäßig aus dem LS. Optisch wirklich gut. Schrift ist nicht verpixelt, ist aus den neuen Materialien. Ich kann wirklich absolut nichts Negatives dazu sagen. Das Bandlaufwerk ist in 2D gestaltet, mittlerweile geht das auch in 3D, stört mich aber nicht. Und wenn wir drin sitzen, optisch wirklich gut. Wir schalten mal an. Dann haben wir eine wunderschöne Bildschirmkulisse und wir können mit auf dem PC, wenn wir beide Maustasten drücken, können wir die Tür öffnen und dabei geht uns ein Licht an, was hier auch alles wunderschön erhält. Als nächstes, ihr kennt mich, keine Folge ohne Oldtimer, ein uralter Hanomag Robust 800 unter Kompakt Traktoren zu finden für 12.000 Euro. 30 kmh fährt er, 75 PS hat er und wir können einiges einstellen, zum Beispiel die Felgenfarbe und die Hauptfarbe. Wir haben immer alle Farben in Neu und in Alt, wenn der Alt ist, haben wir hier so eine kleine Textur hier drauf. Wir können noch einstellen, Reifenhersteller, einmal Trellebock mit Breitreifen, Michael Lealane mit Breitreifen. Dann haben wir noch designtechnisch was zu bieten und zwar entweder Frontscheibe oder Frontscheibe mit Dach. Anbauten können wir ändern, das bezieht sich auf hier hinten. Hier können wir nämlich zusätzlich zu den beiden Hydraulik und den Strom können wir noch zweimal Druckluft anbauen und Kotflügel können wir an- bzw. abwählen. Optisch muss ich sagen, unfassbar gut gelungener Mod, auch in Ansicht so wie ich es kenne, denn ich kenne tatsächlich diesen Hanomag in der Nummer größer bei uns aus dem Dorf. Wenn ihr jetzt Kopfhörer anhabt, liebe Freunde, nehmt die mal ab, weil jetzt wird es laut. Genau zu diesen Problemen kommt wahrscheinlich morgen also am Montag ein Video, wo ich euch einmal zeige, wie ihr insgesamt den Motorsound mal bearbeiten könnt, wenn er euch stört. Weil bei diesem hier, bei dem Hanomag, habe ich das schon gemacht, das ist jetzt der Originalmod, ich habe ihn für mich aber schon mal verändert und ich zeige euch einmal, wahrscheinlich morgen, ich gehe davon aus, dass ich es morgen schaffe, werde ich euch einmal zeigen, wie das geht. Dann machen wir mit einem Lizard-Schwader weiter. Besonderheit hier, wir können noch eine Maschine mit Zap-Welle hinten ranhängen. Ich denke einfach mal, dass das auch realistisch ist. Wir haben hier Anschlüsse, dreimal Hydraulik, einmal Strom, zweimal Luftdruck. Die Vicon braucht noch einmal Hydraulik mehr und Strom hat sie gar nicht. Auch nicht schlecht. Zu finden unter Schwader für 28.000 Euro, wenn ich jetzt mal hier preistechnisch gucke, ist das echt okay. Hat eine Arbeitsbreite von 8,50 Meter benötigt, 55 PS plus natürlich, wenn ihr eine Presse dahinter habt, braucht die auch noch Power. Wir können ändern die Farben, standardmäßig das, was der LS bietet. Wir können uns zum Beispiel ein Marseille Ferguson basteln hier raus, wenn wir wollten oder zum Beispiel ein Jondea, wie ich das auch draußen gemacht habe. Optisch alles okay, ich kann absolut nicht klagen. Vorteil von dieser Art Schwader ist, dass wir keine Futterverschmutzung haben im Gegensatz zum Kreiselschwader, da diese Art Schwader das Futter hochwirft und nicht über den Boden schweift. Einmal so viel Funfact am Rande. Denn geht es mit dem nächsten Highlight los, den Lexion 5000 zu finden und haben Mähdrescher für 419 bzw. 439.500 Euro. Unterscheiden tun die beiden Versionen sich vor allem zwischen Terratrack und Reifen. Einstellen können wir bei beiden die Hauptfarbe, in dem Fall das Weiße in Schwarz bzw. Weiß. Wir können einstellen hier bei Reifen, einmal zwischen verschiedenen Michelaren Reifen oder verschiedene Michelaren Reifen. Ah, schön. Ebenso können wir hinten einen Bumper anbauen zum Schutze des Streuwerks, nennen wir Streuwerks. Und wir können die Kapazität zwischen 10.000 bzw. 11.000 Liter ändern. Optisch muss ich mal wieder sagen, sieht sehr gut aus. Ich kann absolut nicht klagen. Neue Texturen, alles schön scharf. Selbst dieses kleine Logo hier kann man lesen. Und wenn wir drinnen sitzen, sieht das auch alles sehr gut aus. Sogar oben sieht es sehr gut aus. Auch wieder hier wurde kein Schneidwerk mitgeliefert. Das ist das, was beim Klaas Palatinum DLC zum Tucano gehört. Ich hätte mir hier tatsächlich ein 9-Meter-Schneidwerk gewünscht, denn ich finde 7,70 Meter sind zu wenig. Aber über 12 Meter, nee, ich glaube sogar 13 Meter sind für den hier denn doch ein bisschen zu viel. Denn kommen wir zu meinem persönlichen Highlight-Pack, der ist den Fendt-Favorit 600er-Serie in verschiedenen Ausführungen. Zu finden unter mittelgroße Traktoren in vier verschiedenen Varianten unterscheiden, tun die sich minimal optisch, aber vor allem in der PS-Zahl und des Tempos. Zum Beispiel hier der 600 SL 76 bis 78 hat standardmäßig 90 PS und fährt 32 kmh, während der größte der 600 LS bzw. LSA 87 bis 93 40 kmh fährt. Ab 135 PS zu finden ist und bis zu 185 PS zu haben ist. Einstellen können wir unter anderem die Faken-Farbe. Ist jemandem bekannt, dass es wirklich mal den Gelb gab? Fragezeichen? Schreibt mal in die Kommentare. In verschiedene Farben auf jeden Fall. Dann haben wir die Design-Farbe, auch wenn ich hier mal wieder nicht weiß, was mit der Design-Farbe gemeint ist. Ich habe jetzt nichts gesehen bislang, was sich da verändert. Und die Hauptfarbe können wir auch in Feld Alt, Fendt Neu und Fendt Smaragd Grün ändern. Wir können einen Frontleider anbauen zwischen den Reifenherstellern Trelleburg, BKT, Fredestein, Mieters und Michelon und Nokian Wechseln. Das nenne ich mal eine Auswahl. Und auch hier verschiedene Reifentypen. Wir haben Design-Elemente, zum Beispiel hier unten. Wir sehen einmal ohne Batteriekasten, mit Batteriekasten. Dann haben wir einen Teppich hier drin. Gucken, können wir das? Können wir leider jetzt von hier nicht sehen. Dann haben wir einen Feuerlöscher hier vorne. Und einen Maisgrill zum Mais häckseln, damit der Motorraum nicht voll gepustet wird, wenn wir Mais häckseln, beziehungsweise vor allem anhäckseln. Denn können wir noch einstellen, rundum leuchten, nein, links, rechts. Und in den Frontanbau können wir hier eine ganze Gewichtsschar anbauen oder Fronthyraulik. Wir haben verschiedene Motorsounds zur Verfügung. Favorit Sound 1, Favorit Sound 1 Gear, Favorit Sound 2, Favorit Sound 2 Gear, Favorit Sound LB286 und natürlich die verschiedenen Motorausführungen von in diesem Fall 185 Maximal PS. Wir haben hier links einmal die kleinste Variante, den 600SL und hier einmal die größte Variante. Vor allem, wir sehen, es gibt einen minimalen Unterschied am Dach, aber einen großen Unterschied gibt es eigentlich nicht. Optisch, man sieht, dass er konvertiert wurde, aber ich finde, er sieht halt immer noch wirklich akzeptabel aus. Auch drinnen sieht er wirklich gut aus. Gangschaltung und der Handgashebel ist animiert. Auch oben sieht das relativ gut aus. Motorsound, wie ich finde, auch ziemlich gut. Zu guter Letzt, wie meistens immer, ein kleines Gebäudepack, was ich hier stellvertretend die kleinste und die größte Version wunderschön platziert habe. Wir gucken uns das Ganze mal an, anhand der kleinsten Version. Es ist eine Holzhalle, könnte man sagen, die, wie ich finde, auch auf älteren Höfen passt. Optisch gesehen, muss ich wie immer sagen, vom Weiten und beim Arbeiten oder Vorbeifahren, alles wunderschön, geht man natürlich mit der Nase dran, verpixelt das Ganze ein bisschen, ein bisschen serviett und scharf. Wir können die Tür aufmachen. Wir können das, wir können eigentlich das Licht anmachen. Okay, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken. Lol, als ich das ausprobiert habe, hat das noch funktioniert. Hier, hier könnten wir zum Beispiel das Licht anmachen. Warum das jetzt auf der anderen Seite diesmal nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Oh, hier können wir Licht aus, Licht an. Alles klar, ein bisschen rumprobieren. Ich wusste ja, dass es funktioniert. Dann machen wir den Hut mal wieder aus. Wir haben hier noch ein kleines Regal, wo wir zum Beispiel Paletten reinstellen können. Von innen glänzt ein bisschen. Aber sieht, wie ich finde, wirklich sehr schön aus. Auch diese Tür können wir öffnen, genauso wie wir die Tore öffnen können. Und hier sieht es prinzipiell nicht anders aus, nur etwas größer. Ich muss sagen, hätte ich meinen Hof nicht schon fertig, würde ich das glatt verbauen. Zu finden tun wir das unter platzierbare Objekte. Es hat eine eigene Kategorie. Und hier finden wir es bei der kleinsten Version für 35.000 Euro, bei der größten Version für 65.000 Euro. Und könnten das denn einfach da, wo wir es platzieren können, platzieren. Und wie ich schon eben gezeigt habe, optisch wirklich sehr schön und vollkommen akzeptabel, wie es ist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasse mir gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo für meinen Kanal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Du würdest mich sehr damit unterstützen. Bis zur nächsten Folge. Bis denn und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.